Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und wir haben heute wieder ein Solo-Special, denn ich habe mir überlegt, wir müssen heute unbedingt über das Thema Technik sprechen. Viele Grüße übrigens immer noch von Mallorca. Wir senden hier direkt von der Küste und ich habe mir überlegt, wer über Marke sprechen möchte, muss sich mit der Technik auskennen. Wer über Marke sprechen möchte, muss sich über Technik auskennen oder wer eine Marke betreiben und führen möchte, der muss auch sich mit Technik auskennen. Und das möchte ich heute jetzt hier in so einem kleinen Diebdive mit euch zum Thema machen. Viel Freude mit der heutigen Episode, kurze Unterbrechung und dann geht's los hier. Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller Eigentlich müsste man an dieser Stelle so einen Angstschrei einspielen. Denn wenn es um das Thema Technik geht, dann sind viele, 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 viele oder stehen viele, viele, viele von euch vor einer Hürde, die unüberwindbar ist. Technik, wen frage ich da? Was brauche ich da alles? Wie viele Knöpfe muss ich drücken? Wie viele Programmierkenntnisse brauche ich? Und welche Hardware muss ich mir anschaffen? Eins vorneweg. Diese Angst ist natürlich verständlich, aber wir können diese Angst mehr und mehr loslassen. Denn wir leben im 21. Jahrhundert und es gibt unfassbar geile Tools, die keine Programmierung erforderlich machen und auch keine, ich muss jetzt kein Nerd sein, um dieses ganze Technikthema zu beherrschen. Aber, und das ist meine ganz eindringliche Bitte an euch, egal ob ihr ein etabliertes Unternehmen habt, und ich habe die wildesten Dinge da schon gesehen, ich erkläre es euch gleich warum, oder ob ihr ein Startup gerade gründet, das Thema Technik muss ein C-Level-Thema werden. Also, das muss auf Geschäftsführer-Ebene landen. Es ist keine IT-Nummer. Einfach deshalb, weil ihr müsst euch damit nicht auskennen, aber ihr müsst verstehen, dass diese Technik unabhängig bei euch im Unternehmen laufen soll. Was bedeutet das? Wie fange ich diesen Satz jetzt an? Das bedeutet, dass wenn ihr Technik einsetzt, muss ein unabhängiger Dritter damit sofort weiterarbeiten können. Merkt euch diesen Satz aufschreiben am besten. Wenn ihr Technik einsetzt, muss ein unbeteiligter Dritter, also der in euren Entwicklungsprozessen nicht beteiligt war, damit arbeiten können. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Programmierer beschäftigt, der hat eure ganze technische Infrastruktur hingestellt, können auch mehrere sein, kann auch eine Agentur sein, und dieser Programmierer sagt morgen, hey, der Markenrebell hockt auf Malle, ich gehe auch auf Malle und schmeiße alles hin. So, dann habt ihr morgen keinen Programmierer mehr. Oder der will einfach den doppelten oder dreifachen Preis haben. Gibt's auch. Dann habt ihr keinen Programmierer, es sei denn, ihr seid bereit, diesen Preis zu zahlen. Wie auch immer, auf jeden Fall geht diese Ressource flöten, und was macht ihr? Was hängt an eurer digitalen Kommunikation, an euren digitalen Geschäftsmodellen, an eurem digitalen Unternehmensteil, den ihr da langjährig aufgebaut habt, in den ihr richtig investiert habt, und jetzt fällt dieser Dienstleister weg? Das ist ein absolutes No-Go, das ist ein absolutes Desaster, und ich habe die wildsten Dinge schon erlebt. Man hat sogar solche Programmierer in Unternehmen, und ich rede hier von gestandenen MDAX- und DAX-Unternehmen, man hat Programmierer, die sich, oder die die Infrastruktur aufgebaut hat, den hat man einen Thron gebaut. Die waren unantastbar. Man konnte denen gar nichts, und die wussten das auch. Die wussten, welche Macht sie in ihren Händen hielten. Und mit Macht meine ich einen ganz, also einen ganz erheblichen Umsatz, der über diese Technologie erwirtschaftet wurde. Und wenn diese Technologie in den Bach runtergeht, und wenn diese Technologie einfach morgen nicht mehr funktioniert, nicht mehr administriert wird, nicht mehr weiterentwickelt wird, dann hat das Unternehmen ein massives Problem. Also was wird gemacht? Diese Person wird einfach in Watte gehüllt, auf einen Thron gesetzt, und die kann im Grunde schalten und walten, wie sie möchte. Und jetzt stellt euch mal vor, da kommt irgendwie so ein junger Typ da um die Ecke, oder irgendein pfiffiges Mädel, und sagt, pass mal auf, ich habe eine sehr, sehr coole Idee für dein Unternehmen, lieber CEO, oder lieber Vorstand. Wir brauchen nur das machen, und das machen, und das machen, wir implementieren das in eurer Infrastruktur, es wird Teil eurer Infrastruktur, kein Silo, total integriert, und damit könnt ihr 50% mehr Umsatz machen. Jeder Vorstand, jeder C-Level sagt, ja unbedingt, machen wir das mal, schauen wir doch mal bei unserem Prinzen vorbei, der da eingehüllt in seinem Thron sitzt, ob das machbar ist. Und was sagt der in seinem Thron? Bist du wahnsinnig? Natürlich geht es nicht. Das geht aus vielerlei Gründen nicht, die ich jetzt hier nicht weiter erörtern möchte, aber es geht einfach nicht. Unsere Infrastruktur ist so, wie sie ist, perfekt. Stilstand für das Unternehmen bedeutet das. Stilstand für das Unternehmen bedeutet das. Das heißt, Innovationen sind überhaupt nicht integrierbar, weil dieser Prinz und seinem Thron natürlich der Meinung ist, ich will doch keinen Mehraufwand. Ich möchte doch keine fremde Technologie in meinem Unternehmen haben, was ich hier beherrsche, auf technologischer Ebene. Ich möchte mich doch nicht mit irgendwelchen Leuten auseinandersetzen, die unter Umständen das von mir geschaffene Werk in Frage stellen. Ich bin jetzt ganz bewusst ein bisschen ketzerisch, ein bisschen böse, aber alles schon erlebt. Was ich möchte ist, dass ihr diese Podcast-Folge hört und auch eindringlich meine Warnung hört. Leider viel zu oft gesehen, es sind teilweise sogar Unternehmen pleite gegangen aufgrund der Tatsache, dass sie jahrelang investiert haben in ihre technische Infrastruktur. Dann kam der Tsunami, der Worst Case. Niemand mehr da, keiner kann es fortführen, alle Investitionen für den Eimer. Also, was können wir tun? Wir können uns erstmal im Markt natürlich umschauen, wer kann uns grundsätzlich helfen. Und das Wichtigste, das Allerallerwichtigste sind zwei Dinge. Wenn ihr Technologie baut oder weiterentwickeln wollt, führt ein Pflichten-Lastenheft. Total lästig, macht überhaupt keinen Spaß, ist aber 50% der Lebensversicherung. Ein Pflichtenheft-Lastenheft beschreibt quasi den gesamten Funktionsumfang, den eure Web-Applikation, der Web-Auftritt, eure E-Commerce-Strategie oder Lösung, was auch immer euer CRM, was ihr auch immer technisch implementieren oder weiterentwickeln wollt, das beschreibt das Pflichten- und Lastenheft. Das ist also ein detailliertes Briefing mit sämtlichen Evaluierungen im Markt, sämtlichen Evaluierungen von technischen Lösungen oder Dienstleistern und natürlich auch diese ganze Finanzthematik. Was müssen wir investieren? Was sind laufende Betreiberkosten? Kleine Randbemerkung an dieser Stelle, ich habe jetzt meinen Zeigefinger nach oben. Laufender Betrieb, bitte unterscheiden. Das eine ist ein Projektgeschäft, das heißt, ihr habt ein Budget und für dieses Budget wird das Ganze umgesetzt. Und das andere ist der Live-Betrieb. Der Live-Betrieb findet dann irgendwie danach statt, wenn ihr gelauncht habt und alles ist großartig und der Vorstand feiert das ganze Projekt und auf der Weihnachtsfeier flippen alle aus, was es jetzt endlich gibt. Eure Kunden lieben es und dann geht es in den Live-Betrieb. Und der Live-Betrieb, der wird oftmals unterschätzt oder gar nicht berücksichtigt. Das heißt, was fällt uns dann im Live-Betrieb auf den Fuß? Ja, wer macht denn das eigentlich alles? Wer macht denn das Content Management? Wer macht denn den Service und Support? Wer sorgt denn dafür, dass wenn der Server ausfällt, innerhalb von 24 Stunden eine Reaktion eintritt? Wer kümmert sich eigentlich um die Roadmap für die Weiterentwicklung unserer technischen Lösungen und Infrastrukturen? Wer hat den Weitblick für das Ganze? Und, und, und. Und deswegen technisches Pflichtenheft, Lastenheft formulieren unbedingt und auch den Live-Betrieb mit berücksichtigen. Bevor es hier so richtig losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Du gehörst zu den 13% der Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und die Zahlen steigen rasant. Podcasts sind für mich der persönlichste Weg, wertvolle Inhalte zu transportieren und damit Unternehmen bzw. Marken extrem gut sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist ein Podcast für mich der Hidden Champion im Digitalmarketing. Und ich sage dir auch warum. Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir täglich überflutet von Informationen. In der Markenkommunikation suchen wir deshalb nach Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu gewinnen. Mit einem Podcast platzieren wir wertvolle Inhalte also in die Zeitfenster, in denen kein Bildschirm genutzt werden kann. Zum Beispiel beim Autofahren, Rasenmähen oder beim Sport. Und eine professionelle Podcastproduktion ist wesentlich ressourcenschonender als andere Marketingaktivitäten. Meine Empfehlung, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, einen eigenen Podcast in deine Kommunikationsstrategie zu integrieren. Wir haben das sehr erfolgreich mit dem Markenrebell-Podcast vorgemacht und ich helfe dir gerne dabei, mithilfe eines Podcasts die Bekanntheit und Wahrnehmung deines Unternehmens, deiner Marke im Markt deutlich zu erhöhen, um deine Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Wenn wir über Technik sprechen, sprechen wir nicht nur über Software und Hardware, sondern auch über Prozesse. Auch das super wichtig. Diese drei Elemente sind immer, immer mit dabei. Welche Software, Evaluierung, welches die geeignete Software, checkt das vorher ab. Es ist immer wieder ein Desaster. Man kürzt diese Prozesse ab, man will diese Prozesse nicht führen, keiner hat Bock auf diesen Prozess, bla bla bla. Ende vom Lied ist, mehr Investitionen, mehr Zeit vergeudet. Man kommt nicht in die Pötte, man verliert die Motivation ganz schlimm, das Ding versandet irgendwo und dann war es das. Warum? Weil keiner sich die Mühe gemacht hat, dieses dämliche Lasten- und Pflichtenheft zu führen. Ihr merkt, so ein bisschen Frust hört mir noch aus. Genau, nochmal ganz kurz zum Live-Betrieb. Prozesse ist mir nochmal ganz wichtig. Software, Hardware und Prozesse. Versucht Prozesse zu automatisieren. Teilweise wird eine Software eingeführt, ein Prozess dahinter, zum Beispiel ein Freigabeprozess. Gerne gesehen auch in Social-Media-Aktivitäten. Man traut den Mitarbeitern irgendwie nicht zu, dass sie klarkommen und einen vernünftigen Post absetzen können, sondern der Post wird dann freigegeben von Instanz A. Die schickt das an Instanz B. Das geht dann wieder zurück an den, der es posten wollte. Und das ist Never-Ending, also ganz große Katastrophe. Selbst wenn man das systemgestützt macht, ist das genauso eine Katastrophe. Also man muss natürlich auch so ein paar Konventionen entwickeln für den Workflow und sagen, was macht Sinn? Und wie befähige ich meine Mitarbeiter? Nicht, wie kontrolliere ich meine Mitarbeiter, sondern wie befähige ich meine Mitarbeiter? Gerade in einem Technologieprojekt, bitte immer Akzeptanz schaffen. Das Wichtigste, Akzeptanz zu schaffen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verzettelte. Ich habe ein paar Knoten mir schon gemacht in meinem Kopf, dass ich das nicht vergesse. Pflichtenheft, Lastenheft, 50%. Das sind die 51%. So, ich muss deutlich sprechen. 51%. Und das zweite, superwichtige für eure Technologieprojekte ist das ganze Thema Dokumentation. Dokumentation, Dokumentation. Also auch den Code, der geschrieben wird, zu dokumentieren. Nachvollziehbar für unbeteiligte Dritte. Wichtig. Muss dieser Code dokumentiert werden. Macht das zum Teil des Projektes. Wenn ihr einen Auftrag vergebt, muss dieser Satz drinstehen. Warum ist das so wichtig? Weil, wenn die Technologie steht, die Plattform steht, alles ist fertig gecodet. Und dann fällt euch diese Ressource, diese technische Ressource aus. Also der Mann, die Frau, die Agentur, die es macht, fällt aus. Welchen Grund auch immer. Dann muss jemand, der unbeteiligt in diesem Projekt einsteigt. Also ein unbeteiligter Dritter darf mit umgehen können, mit der Dokumentation, eure Infrastruktur weiter betreiben können. Leute, Millionen wurden schon versenkt, weil das nicht gegeben war. Und das ist natürlich fatal. Denn über die Jahre wird diese gesamte technische Infrastruktur, die ihr baut, immer komplexer. Und da blickt dann irgendwann mal keiner durch. Ihr versteht gerade noch das Frontend. Aber sobald einer die Motorhaube aufmacht und sich das Ganze mal ein bisschen genauer anschaut, die Leute werden wegrennen. Ihr werdet sicher irgendwie jemanden finden, der eure technische Infrastruktur übernimmt und die weiterführt. Aber ihr wollt nicht wissen, was das kostet. Die Kosten liegen oftmals doppelt so hoch oder noch höher von dem, was ihr reingesteckt habt. Das könnt ihr euch jetzt mal ausrechnen, was das bedeutet. Und lasst das unbedingt checken. Also wenn ihr wollt, können wir das auch zusammen machen. Ihr könnt da gerne auf meiner Website mal so ein Vorgespräch buchen, wenn ihr da denkt, ihr habt ein Thema bei euch in der Company. Das Vorgespräch ist kostenlos. Hauptsache wir tauschen uns einfach mal aus und ihr könnt so ein paar Fragen vielleicht noch stellen, die ich euch beantworten kann. Also wenn ihr das Gefühl habt, hey, meine technische Infrastruktur wird nicht von mir gemanagt, sondern von irgendjemanden externen oder irgendjemanden, ohne den ich morgen nicht mehr meine Firma betreiben kann, dann sollten wir uns unbedingt unterhalten. Das ist für mich auch immer ein ganz wichtiges Thema im Mentoring oder im Coaching, dass ich die Leute immer frage, wie geht es deiner technischen Infrastruktur. Ich bin nicht der Meinung, dass du alles selber machen sollst. Gerade wenn du Unternehmerin, Unternehmer bist, dann ist es wichtig, dass du am Unternehmen arbeitest, nicht im Unternehmen. Aber du solltest verstehen, inwieweit du wirklich tatsächlich unabhängig bist. Es ist ganz interessant. Es gibt viele, die ich berate, die eine sehr hohe Reichweite zum Beispiel haben bei Social Media, also echte Prominenz. Die dann sich rühmen in der Öffentlichkeit und sagen, hey, ich bin finanziell frei und dann kriege ich raus, dass diese technische Infrastruktur sie in eine so unfassbare Abhängigkeit getrieben haben, dass ich mir sage, nee, finanziell frei bist du sicher nicht. Weil diese technische Infrastruktur gehört dir nicht. Nicht aus rechtlicher Sicht, sondern einfach aus Sicht der Ressourcen, der Digitalkompetenz. Wenn die nicht in deinem Unternehmen ist, hast du ein massives Problem. Gerade wenn du wachsen möchtest, wenn du skalieren möchtest. Wenn du mal eben sagen möchtest, hey, können wir bitte das und das ausprobieren und jemand ist in der Lage, euch unter Druck zu setzen und zu sagen, naja, ich kann das schon machen in einem halben Jahr. Wenn du es sofort haben möchtest, müssen wir über den doppelten Stundensatz sprechen. Also macht euch unabhängig, macht euch frei. Und so toll diese ganzen digitalen Geschäftsmodelle und das ganze Thema Digitalisierung und digitale Skalierung eures Unternehmens ist, so sehr ist auch die Gefahr, dass ihr euch abhängig macht mit diesen Technologien und Prozessen, die ihr einsetzt. Deswegen da nochmal wirklich bitte genau hinschauen. Das war mir echt wichtig, heute nochmal anzusprechen, weil das einfach, es ist für jemanden, geht mir gerade noch ein Gedanke durch den Kopf, es ist natürlich für jemanden super easy, der sich dann mit all diesem Kram auskennt. Also ich kann zum Beispiel jede einzelne Technologie, die wir bei uns einsetzen, die kann ich selber bedienen. Das war mir einfach wichtig, weil ich will zu 100% verstehen, was da los ist. Ich kann es dann abgeben, es können andere weitermachen, aber ich will unbedingt verstehen, was da los ist. Und ich habe sehr oft in meinem Leben, und dafür habe ich auch teuer bezahlt, sehr oft in meinem Leben die Erfahrung machen dürfen, wie es ist, wenn man Technologie außer Haus gibt und dieses Know-how nicht im Haus hat, sondern einfach nur Verwalter ist. Und man glaubt, man hat irgendwie was Geiles entwickelt und Geiles entworfen und programmiert, aber am Ende des Tages sind die Programmierer, die am lautesten lachen, nicht weil sie böse sind, sondern weil die einfach leben wollen. Die wollen einfach überleben. Und wenn du die nicht mehr bezahlen kannst oder willst, dann sagen die halt, na gut, dann geh doch woanders hin. Und du sagst dann, ich kann aber nicht woanders hin. Du hast meinen Code. Und dann sagen die, hier ist dein Code. Dann sagst du, damit kann aber keiner arbeiten, weil er es nicht dokumentiert. Und dann sagen die, na gut, das können wir schon machen. Kostet halt. Okay, ich denke, ihr habt diese Botschaft verstanden. Geht nochmal in euch. Ich helfe euch gern. Schreibt gerne in die Kommentare dieser Podcast-Folge. Stellt mir eure Fragen. Könnt ihr auch in die Q&A machen. Einfach eine Voice-Message per WhatsApp an mich. Link dazu markenrebell.de. Rechts unten in der Ecke WhatsApp-Button klicken. Zack, raus das Ding. Und wir gehen gemeinsam auf Sendung mit eurer Frage. Ich finde das Thema Technologie ist extrem wichtig im Personal Branding. Generell, im Corporate Branding generell, egal was du da draußen anstellst, dieses Thema ist allgegenwärtig. Wer als Digitalunternehmen oder zumindest mit digitalen Geschäftsmodellen langfristig erfolgreich Geschäfte machen möchte, ohne ständig in den Ausfall seiner IT-Ressourcen investieren möchte, der muss sich mit diesem Thema einfach beschäftigen. Und da können wir gerne mal in die Motorhaube oder unter die Motorhaube reinschauen, wenn ihr wollt. Deswegen alle Links dazu in den Shownotes dieser Podcast-Folge. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Nur das Beste für euch. Und bleibt rebellisch. Bis dann. Ciao. Aber Trepet-Jun-Fortverververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververververver